Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, ich habe etwas rumgetüftelt noch offscreen. Erstens mal gab es Probleme mit meiner Stromversorgung und das gibt es immer noch. Und zwar ging mir leider die Kohle etwas aus. Und so musste ich das Ganze jetzt mit dem angereicherten Festbrennstoff machen. Angereicherte Festbrennstoff stelle ich her aus normalem Festbrennstoff. Den normalen Festbrennstoff stelle ich her aus Kohle und Wasserstoff. Da gibt es jetzt ein Festbrennstoff. Und das wird dann weiter verabreicht nach unten. Ich sehe hier ist einiges leer, da muss ich mal nachschauen was hier los ist. Ui, 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 ruckel, ruckel, ruckel. So, und zwar wird hier das angereicherte Festbrennstoff hergestellt. Und zwar durch Hydrazin. Ich habe zwar hier noch zwei Fabriken hingestellt, beziehungsweise drei. Aber das reicht nicht aus, weil hier Wasserstoffperoxid nicht mehr hinterherkommt. Da könnte ich mal versuchen... Ah ja, ich habe noch einen, habe ich noch hier. So, aber wird mir, glaube ich, nicht weiterhelfen, dass er den dritten hier macht. Doch, ja, doch, passt. Ja, okay, die Aliens greifen noch hier noch im frohen Fröhlich an. Ähm, ja. Es gibt halt noch ein Problem mit dem Strom. Dann habe ich dann hier ein paar Solarfelder noch hingebaut. Ähm, ja. Mit etwa 220 Megawatt. Also 1400 Stück, also ist jetzt da nicht gerade viel. So, was ich hier machen muss, ab und zu ist hier das reine Wasser abzubauen. Wo sind doch hier jetzt die Tanks noch hin? Bin ich jetzt da doof, oder was? Wo sind jetzt die blöden Tanks hin? Da. So. Das wäre einmal. Dann habe ich hier, äh... Hä? Hä? Egal. Ich habe hier das... Achso, ja, stimmt ja. Idiot. Ich habe hier das Lagerhaus etwas, äh, beziehungsweise die Forschung, habe ich hier etwas umgebaut. Ähm. Wo sind jetzt hier die anderen Flächen hin? Ja. Und dass das Ganze ein bisschen schneller ist, auch mit, äh, mit den Mixmodulen drinne. Das heißt, ähm, das flutscht etwas. Aber dafür, unter Kosten von, äh, Ressourcen. Momentan habe ich ein kleines Ressourcenmangel. Grüne Flächer sind voll, das ist gut. Aber die hier, ja, alles komplett aufgebraucht. Hier die, okay, kann man so lassen. Äh, die hier sind schon aufgebraucht, und, und, und. Weil Eisen kommt nicht mehr hinterher. Okay, die kommen wieder hinterher. Das finde ich gut, die grundlegenden Platinen. Weil da gab es auch ein paar Probleme. Ähm, ansonsten... Eher nur ein bisschen rumgestanden, rumgewartet. Und so... Ansonsten habe ich da, glaube ich, nichts mehr großartiges geändert. Außer, dass mich hier die Aliens immer wieder angreifen, weil, ähm, hier kommt wieder so ein kleiner Schwung. Und, jup! Ja, so sieht es leider bei mir aus, hier in den Ecken. Ich hoffe mal, wenn das hier weg ist, dass sie nämlich nicht mehr so oft angreifen hier. Da gehen sie eher nur noch da oben hin. Und wenn das weg ist, ah, da kommt immer so ein großer Schwung. Ha! Ah, hier oben ist noch Blei. Blei habe ich auch schon ein kleines Problem. Ja, weil Blei ist hier weg. Hier gibt es kein Blei mehr. Sehe ich gerade. Warum gibt es hier kein Blei mehr? Ist da oben auch fertig? Oh, dann habe ich ein kleines Problem. Ja, habe ich. Blei ist weg. Okay. Ah, das war eine Rakete gewesen. Und was ist mit dem Zinn los? Steuerung, äh, Shift-F für den Helikopter zu rufen. Was ist mit dem Zinn los? Kommt nur so ein kleiner Schwung noch her? Ach, hier, das... Kommt nur noch ein Stückchen weißer. Wobei die eigentlich relativ gut sind. Also die haben halt ein Brennwerk von 100 Megajoule. Das finde ich schon ziemlich geil. Aber, ähm, ja. Hier steht alles still. Ich produziere einfach viel zu wenig von dem Zeug. Ich könnte auch hingehen, ähm... ...normalen Festbrennstoff holen. Das werde ich auch tun müssen. Äh. Damit der Strom sich wieder mal ein bisschen ausgleicht oder regeneriert. Da muss ich jetzt einmal nachschauen, was hier mit dem Zinn... Upsala, mit dem Zinn los ist. Hm. Auch Eisen sieht da eher ein bisschen schlecht aus. So, hier ist Eisen. Weil hier habe ich das Eisen... ...habe ich nochmal ein bisschen umgebaut. Offscreen. Aber, ja. Sieht mau aus. Kupfer. Sieht, glaube ich, auch nicht besser aus, ne? Nope. Das tun wir auch mal noch ein bisschen vergrößern. Oh, je, oh, je, oh, je. Es wird langsam Zeit für neue... ...Ecken zu... ...erbauen. Oh, je, oh, je, oh, je. Was ist denn da jetzt da draußen los? Oh, je. Oh, je. Und bleibt wiederum. Ohne ersichtlichen Grund. Upsala. Sollte ich das nicht tun. Stopp. Ich muss das Ganze hier ein bisschen umbauen. Wenn mal irgendetwas ist draußen, was beide Hunde anschlagen, das ist schon ein bisschen komisch. Egal. Lass mich da nicht mit irren. Ups. 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 Oh, ich muss das Ganze hier ein bisschen umbauen. Ups. 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 dann hier strom ich könnte auch praktisch gesehen auch das wie viel holen wäre eigentlich auch möglich oder wo haben wir das da 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 könnte ich sogar bauen so wird es wieder einigermaßen immer befüllt hier ist auch wieder leer sowas aber auch so wie sieht es aus mit dem strom der strom hat sich wieder beruhigt sehr schön der strom hat sich beruhigt ruckel 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 was ist was ist hier passiert habe ich da was vergessen anzuschließen naa speichern habe ich da was vergessen anzuschließen bei der letzten tour keine ahnung was da passiert ist deswegen kommt da kein sinn an aber wieso hab ich da wollte ich da ein hiera hinlegen weiß es gar nicht mehr was ich da machen wollte damals aber dafür kommt wieder das zinn an Oben sieht sehr, sehr gut aus. Ja, wunderbar. Nur mit Hilfe. Oh Gott, das ruckelt. Wieso ruckelt denn das jetzt auf einmal so? Hm. Ja, Lithiumwasser sieht auch gut aus. Irgendetwas stimmt nicht, dass der auf einmal jetzt anfängt zu ruckeln und in der letzten Folge ist da nichts passiert. Äh, ich hab was vergessen zu machen. Ich wollte noch an der einen Stelle dort oben noch ein Waterfield hinsetzen. Weil da kommen ja auch jetzt ab und zu die Aliens vorbei. Und zwar einmal hier. Hier. Ja, wo kommst du denn her? Und so. Ja gut. Ähm, das bringt mir eh nichts, weil hier das Eisenfeld ist ja auch bald weg. Aber hey. Achso, hier können sie auch kommen, ne? Wobei ich am überlegen bin, dass ich den hier oben abzweige. Da ist oben auch noch Zinn. Hm. Ich geh mal hoch. Greife es dort oben ab. Beziehungsweise werde ich das hier sperren. So. Dass hier nichts mehr vorbeikommt. Und dann gehört das große Feld hier. So, hier einmal. So, das muss ich gucken. Ja, das war's eigentlich. Nur hier das kleine Stückchen. Nickel. So, oben ist noch Lithiumwasser. Und dann gehört das doch quasi mir. Wo sie Eisenfeld vorkommen. Ist gut. So, was wurde hier wieder zerstört? Äh. Einfach jetzt nur ein bisschen blöd rumfliegen. Hier ist Uranerz. Äh. Ich weiß nicht, ob ich soll wirklich auf Uran gehen. Vielleicht will... Ja, ich muss auf Uran gehen für die Atombombe, ne? So. Okay, das, äh... Zinn kommt wieder an. Jopp. Das kommt wieder an. Dann haben wir natürlich noch das Problem mit Ply. Ja, hier hat sich alles wunderbar gestaut. Sehr schön. Ja, es dauert jetzt ja ewig. Bis der mal verbrannt ist, äh, dann passt das ja. Bei dem geht's halt billig ein bisschen schneller, weil der normale Festbrandstoff hat 25 Megajoule. Und, ähm... Der Angereicherte hat 100 Megajoule. So. Und was fehlt mir noch Ply, ne? Ja. Ja, Ply ist so eine Sache... Uh. Wusch, weg mit dir. Durch die Fliege. Ähm. Upfer prägt ja mal 20.000. Naja, gut. Mit Ply. Ply brauche ich. Ja. Hier ist noch ein bisschen Ply, aber das wird mir auch nichts bringen. Ply wird für hier benutzt. Ply, 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 Ply. Aber das ist die einzige... Ja gut, wobei, hier noch für, äh, die Batterien. Hm. Wo hätte ich denn hier noch ein Ply vorkommen? Weil, puh. Ply war ja etwas schwierig zu erkennen, wo das ist. Aber das eine Feld, was ich hier oben hatte, das hatte knapp 200.000. Hat ja schon alles weggeschmissen. Oh Gott, die Aliens hier. Ui, 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 ui. Ja, ist leer. Gott. Oh, Ply, 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 Ply. Das ist ein Problem. Das ist Eisenerbs. Kohle. Hupfer. Hm. Ich hätte nicht gedacht, das sei doch so... Ah, da unten ist eins. 2,4 Millionen. Sieht man sehr, sehr schlecht. Und hier ist dann auch nichts mehr meiner Nähe, ne? Hier ist noch Wolfram, aber, na ja. Puh. Ja, Ply. Hier ist noch Ply, mit 4,1 Millionen. Hier ist noch Ply. ist alles so weit weg. Verdammt. Ja, 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 ja. Was mache ich denn da? Hm. Wenn es da hier noch irgendwo Ply wäre, wäre es noch gut. Aber das ist ja... Wo waren das gewesen jetzt da? Das Zink? Zink? Roteel und Co. Wo war das nochmal gewesen? Ja, oh, Ply Glanz. 5,1 Millionen. Was wäre denn hier hinten? Habe ich ja die zwei Eisenfelder. Zwei Eisenerzfelder. Mit Ply. Was würde dann bedeuten? Hier ist noch Wolfram, Silber. Oh, boah. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Oder ich nehme mir mal die eine Mod wieder zu Herzen. Oder ich muss mal die eine Mod wieder zu Herzen nehmen. Ähm. Wo man Felder bebauen kann. Ähm. Ah, Ply. Äh. Ist einfach so eine Sache. Das gibt es eher relativ immer sehr, sehr weit. Ich muss aber so mit den Zügen arbeiten. Weite Strecken. Ich denke mal in der nächsten Folge beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Folge machen soll oder in oder offscreen. Wenn ich noch mal ein paar Zugstrecken habe. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja eher relativ in der letzten Zeit viel offscreen gemacht. Gute Frage. Okay. So, das müsste ein... Oh. Hier ist noch ein bisschen was. Dann kann man das hier abreißen. Gut, okay. Ply hätte ich ja noch ein bisschen. Naja, gut. Das ist auch nicht gerade viel. Ähm. Jetzt sieht es hier bei dir aus. Oh, wo ist meine Maus? Okay. Oh, voll. Wow. Voll. Wow. Wir haben im Lager... Moment. Platinen. Sieht gut aus. Erweiterte Schaltkreise. Oh, logische Schaltung. 50.000. Verbesserte Platinen. 59.000. Sehr schön. Erweiterte Schaltung. 17.000. Gibt es hier noch was im Minusbereich? Ja, grundlegende Schaltungen, Widerstände, Eisen. Bahnräder, Platten. Okay. Was ist dein Problem? Fieberglasplatte. Du hast keine Fieberglasplatten. Wie stelle ich die denn her? Aber oben, ne? Oben stelle ich die Fieberglasplatten her. Fieberglasplatten ist eigentlich mit Glas, bisschen Holz, also ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Das Holzproblem habe ich ja gelöst. Ich glaube, Fieberglasplatten stelle ich hier oben her. Genau, hier oben. Okay, was fehlt dir? Oh, die fehlt auch um was. Die fehlt Glas. Oh, oh. Oh. So fehlt mir Glas. Bis... Das Quarz ist weg. Gibt kein Quarz mehr. Das ist das Problem. Warum ist es mir so langsam? Was hat das Quarz noch? Oh nein. Shit. Ja, wurden zerstört. Ja, wurden zerstört. Das habe ich nichts mehr. Ja, okay. Okay, Quarz. Das Problem... Machen wir das doch hier altmodischer Stil. Einfach rüberfliegen. Quarz holen. Beziehungsweise in Kisten rein. Hier altbekannte Stelle. Ich will mich nicht gerne unbedingt zubauen. So, perfekt. Ist überhaupt Waterfill überhaupt jetzt da... Oder beziehungsweise Wasserfüllung ist das jetzt da im Spiel drinne? Vanilla? Was würde mich mal jetzt da interessieren? Ah, ich habe ja hier keine Strompfosten mehr. Hm. Ich habe keine Strompfosten mehr. Bam, 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 bam. Aber absolut schlimm. Ich habe ja, glaube ich, noch Solar. Ne, Solar auch nicht mehr. Oder? Doch, ein bisschen hätte ich noch. Hm, das dauert. Aber wieso dauert denn das so lange? Ich hatte hier mein Crafting Speed doch... 120. W-what the fuck? Was war das? Prunkartig. Richtig schön sprungartig. Oh, es hat denn noch welche gehabt? Hm, egal. Ich brauche euch mal ganz kurz weg. Komm, einer geht noch. Okay. So, Movement Speed. Hm, ja, komm. Oh, geht schnell. So. So, der ist immer nicht fertig. Ei, 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 ei. Oder brauche ich dafür... Dings... Nee, brauche ich nicht. Ähm, vom Strom her, wie sieht es bei euch aus? Ganz gut. Aber... Wenn ich die hier reinsetze... Wenn ich die hier reinsetze... Oh, nee. Ja, okay. Könnte ich mir schon denken. Ich weiß nicht, wie weit die Spucker hier das rumspucken. Wie sieht es aus? Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, war es das erst mal gewesen mit dieser Folge. Und wir sind dann zum nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt da noch versuchen... Ähm... Ja, hier ist ja auch fast alles tot. Hier ist noch Kohle. Ja, gut. Brauche ich momentan nicht. Ich schaue mal, ob ich noch die eine Mod noch finde, ähm... Mit Herzprogramm zu erschließen, weil... Äh... Blei... So eine Sache. Da habe ich echt keinen Bock großartig zu gucken, weil man es eher hier selten sieht. Aber ich versuche noch einmal eine Zugstrecke dort hinten hinzubringen, zu diesem Feld. Oh, hier ist auch Blei. Ah, gut. Brauche ich doch nicht die Mod. Aber ich würde noch einmal hier die Zugstrecke nehmen, hier rüber bauen, dorthin. Ähm... Ansonsten, ich brauche hier nirgendwo... Was... Abzusichern. Hier ist abgesichert. Hier ist eine Insel. Nö. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke.